Geh los. Manchmal wird's sehr knapp, Dae-chan, ne? Du musst halt immer Gas geben. Feuerbomben machen. Dodge den. Shit. Unfassbar. Anken und Solarian Ritzen. Pounding kommt. Die wieder ein bisschen mittiger. Oh, jetzt hab ich mich verklickt. Wir haben keine Trank. Barrage kommt. Zieh den mal ein bisschen mehr Richtung Totenkorb wieder. Feuerbomben machen. Barrage raus da. Orange ist noch ne Bombe. Psst. Du musst Boss direkt nehmen wieder. Psst. Kein Problem, wir sind's gewohnt. Pounding kommt. Danach kommt Barrage. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Destruction. Tänkt an 15 direkt drängen. Sass der Expray noch durchgeht. Geht von grün weg. Mach gleich WG, Toddy. Wenn Blitz ist. Heads. Beware. Nicht in Range. Habt ihr nicht in Range. Beware. So, er geht hoch. Verteilt euch. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Physical. Es macht physical. 5, 4, 3, 2, 1. Jog. Jog mal die ganze Zeit rum. Ne? Du musst die ganze Zeit rum joggen. Du machst eher Eingang, ne? 5, 4, 3, 2, 1. So, letztes Set an Bomben kommt. Ich nehm den Boss gleich. Bitte die Bomben dann weiter noch machen. Und geht aus dem Slam raus, der jetzt kommt. Okay, steht relativ gut. Keine Ahnung. Ich bin nicht so unheber. Kommt einfach nichts an. Konzentriert euch. Keine Toten mehr. Feuerbomben machen. Alles was Bomben. Und aus dem Barrage raus. Bitte konzentriert euch. Geht von grün weg. 5, 4, 3, 2, 1. Pounding kommt gleich. Ein. DT in den Ring ziehen. Besten Midi. Ich mach das. Barrage kommt. Geht da raus. 5, 4, 3, 2, 1. Franz bitte gleich retzen. Feuerbomben machen. Beware. Das ist gemütlich. Rätzt mal einer Franz bitte. Gor retzen. 5, 4, 3, 2. Das ist der falsche Gor. Du musst direkt wieder nehmen. Kommt Gor noch ein Rät, sonst nehm ich ihn an. Ja dann nimm an. Bevor wir jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Beware. Destruction. 5, 4, 3, 2, 1. Resultiert der Ring noch? Nein. Nein. Kann ich mal kurz was zu dieser Ich-Kin-Hier-Geschichte sagen? Wenn ja Leute hier auf die...